Was machst du als Spitzathlet im Sommer? Trainieren, also versuchen richtig viel. Sonst auch gerne Gold spielen, einfach Zeit mit Freunden und Familie. Was ist dein Geheimtalent? Das Kochen kann ich noch. Geheimtalent? Kochen, würde ich sagen. Das Gericht nach dir könntest du benennen. Was wäre die Hauptzitat und nach was würde es schmecken? Da ich sehr gerne Süsses habe, würde ich irgendetwas Süsses nehmen. Und sicher viel Zucker. Käse? Ich glaube, ich finde es unterschiedlich. Käseferogli würde es schmecken. Fein, richtig fein. Richtig gut. Welches war in der Kindheit Held oder Heldin? Baudi Miller und Didi Gisch. Damals war es David Beckham. Ach schon? Wieso nicht zum Fußball gewechselt? Ich habe es probiert. Ich habe es probiert.